Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gestern wurde mal eben der Aftermarket Collection Event Trailer veröffentlicht. Nächste Woche Dienstag am 6. Oktober geht es schon los. Was erwartet uns? Ich zeige euch natürlich den Trailer, ich zeige euch alle Skins nochmal. Ich zeige euch das Caustic Erbstück. Crossplay Beta wird nächste Woche Dienstag aktiv sein. Ich zeige euch die Regeln, wie man es deaktiviert, aktiviert, wie das Matchmaking funktioniert, wenn wir Crossplay aktiv haben. Ich rede über den Limited Time Modus, der wird bestimmt ultra geil. Auch da sage ich euch, wie die Regeln funktionieren. Könnt ein bisschen an die alten COD Zeiten Team Deathmatch mäßig erinnern. Genaueres dazu aber gleich. Und zu den Regeln bei Crossplay und dem Limited Time Modus wechsle ich auf die englische Apex Legends EA Seite. Da wird alles detailliert beschrieben. Das scrolle ich so ein bisschen durch, übersetze das für euch, zeige euch natürlich sämtliche Skins nochmal im Standbild. Die habe ich extra ausgeschnissen. Das war es soweit jetzt von meinem Gequatsch. Ich zeige euch jetzt den Trailer. Danach geht es mit den Details los. Wie immer schon mal den Video einen Daumen nach oben da lassen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Viel Spaß jetzt. Das ist die Rampart Shopping Network. Ihr one-stop-shop für all your fighting needs. Oi, danke für die Beziehung, Mates. Crossplay ist hier. Time zu spiffen, dickity-split. Huh? Right. First, we got the Octane Tuner Set. About time you put some clothes on. Don't have to look at that bloody midriff. My legs are ready to go. Verses no sun incluidos. Next, the Caustic Clown Set. Ain't great for birthday parties. But funerals? Ah, bloody tipped off if you ask me. Join my experiment below. Ah, what now? Oh, we got the Wraith Cat Set? Hunt people down and destroy them. Just like a normal house cat. I'm quick, and I'll finish this. Well, I'm beaten, Jones and Prashila. Had the lads put together a montage to do the rest. Take it away, underpaid editor. Ha, ha, ha. I look forward to getting my hands out of you. I am beautiful. Der Trailer ist nach absolute Sahne. Wie ich jedenfalls finde. Gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber Respawn macht allgemein eigentlich immer sehr, sehr geile Trailer. So, ich gehe jetzt Stück für Stück die ganzen Skins ganz schnell durch. Danach geht es um die Regeln im Crossplay und dem Limited Time Modus. Der wird euch garantiert gefallen. Gerade auch die COD-Fans unter euch. Selbst Respawn sagt, dass der Limited Time Modus so ein bisschen an die Team Deathmatch Modis erinnert. In den bevorzugten Ego-Shooter-Spielen werden natürlich keine Namen genannt. Wir fangen jetzt am besten erstmal mit dem Caustic Hammer an. Den finde ich absolut stark. Ich finde, das ist optisch einer der geilsten Erbstücke überhaupt. Dann fangen wir hier mit dem Octane Skin an. Ist jetzt nicht mein optisches Highlight. Nennt sich Sonic Boom Skin. Hat natürlich trotzdem irgendwas. Aber hier ist mein absoluter Favorite von diesem Event wahrscheinlich. Und das ist der Caustic Skin. Der sieht ultra geil aus. Nennt sich Killing Joke Skin. Und ist zu einem Spezialpreis, wie es als Witz ganz unten links steht. Zum Spezialpreis von 50.000 Seelen zu bekommen. Beim Octane finde ich auch ganz geil. Hier steht einfach mal Spezialpreis. 5.000, 10.000 Milligramm seiner Steam Injektion. Brave Skin auch sehr geil. Nur habe ich keine Ahnung, was das 10LBS of Catnip bedeutet. Der ist auch sehr, sehr geil der Skin. Also die drei Skins sind wie immer sehr, sehr edel. Kommen wir zum Watson Skin inklusive 301. Hat sie in der Hand. Sieht sehr, sehr cool aus. Der 301 Skin passt optisch perfekt zum Watson Skin. Der Gibraltar Skin ist jetzt nicht ganz so meine Sache. Aber Geschmäcker sind verschieden. Der Lifeline Skin. Der ist sehr interessant. Hat so ein bisschen was von einem Ninja Style. Hat eine Volt SMG in der Hand. Diesen Volt SMG Skin ist glaube ich der 5000 Punkte Skin, den man sich selber nur durch Spielen freischalten kann. Und diesen Skin von Lifeline finde ich heftig. Stellt euch jetzt einfach noch mal das Kings Canyon After Dark Event vor. Du siehst ja quasi die Gegner so schon sehr schlecht. Und wenn du jetzt eine Lifeline hast im gegnerischen Team, die diesen Skin auch noch an hat. Na Prost Mahlzeit, da weißt du Bescheid was los ist. Auch einer der Favorites von mir ist der Revenant Skin. Sieht er nicht ultra, ultra krank aus. Meine Fresse. Scheiß die Wand an. Ja E45 Skin konnte ich nur halbwegs gut aus dem Trailer raus cutten. Könnte gar nicht so blöd aussehen. So, dann habe ich noch einen kurzen Cut. Einfach von oben, von der Draufsicht vom Flashpoint Modus. Sieht sehr sehr cool aus. Details dazu sage ich euch gleich. Auch die Regeln wie es funktioniert. Dazu wechsel ich jetzt auf die EA Seite. Fangen wir mit den Crossplay Regeln an. Standardmäßig, wenn das Event losgeht, ist Crossplay aktiv. Wenn ihr keinen Bock auf Crossplay habt, solltet ihr es deaktivieren. Ich rate euch aber, es anzulassen. Warum? Geht Respawn selber gleich drauf ein. Ist aber eine simple Geschichte. Gerade für die Konsoleros. Ihr braucht euch keinen Kopf machen, wenn ihr keinen Bock habt, gegen PC Spieler zu spielen. Ihr werdet, solange ihr unter euch bleibt und keinen PC Spieler einladet, nur gegen Konsoleros spielen. Das heißt Playstation gegen Xbox, mehr nicht. Das ist Punkt 1. Zu den genaueren Regeln kommen wir gleich. Ihr könnt es auf jeden Fall auch deaktivieren. Warum ihr das noch nicht deaktivieren solltet, komme ich gleich zu. Es gibt einen extra Bereich, wo ihr Spielernamen suchen könnt, plattformübergreifend. Dort könnt ihr die dann finden. Hier symbolisch für die Xbox, sichtbar. Wenn ihr dann so eine Einladung bekommt, sieht das dann so aus, wenn ihr die nicht gerade selber rausgeschickt habt. Das ist symbolisch jetzt hier auch auf der Xbox. Und das war eine Einladung von der Playstation. Woran man das erkennt, das sieht man an diesem Logo. An diesem kleinen Controller-Logo. Das könnte jetzt auch sein, dass das hier alles die Playstation-Tasten sind. Wenn das dann wieder so ein Controller-Logo ist, ist es die Xbox. Wenn jetzt aber hier ein Xbox-Logo wäre, ich zeige es einfach anhand dieses Beispiels. Hier habt ihr quasi eine Freundesliste. Da sind gerade mehrere Leute aktiv, die ihr eingeladen habt oder die in eurer Freundesliste sind. Habt ihr ganz oben zum Beispiel dieses Xbox-Symbol. Dann wisst ihr, also quasi du spielst auf der Xbox und dein Kollege auch. Sollte dein Kollege aber nicht auf der Xbox, sondern auf der Playstation spielen, habt ihr hier ein Controller-Logo. Das Controller-Logo bedeutet aber nicht Playstation. Es könnte genauso gut sein, dass hier oben ein Playstation-Logo ist. Und hier unten ein Controller-Logo. Das heißt einfach nur, okay, er spielt auf einer Konsole, aber nicht auf derselben wie du. Das heißt hier, Xbox bedeutet Xbox. Controller bedeutet einfach die andere Plattform. Quasi auf der Konsole, auf der ihr nicht spielt. So, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Scheiß drauf. Falls ich mich jetzt hier ein bisschen verhaspel, nehmt mir das nicht übel. Und ganz unten ist natürlich das PC-Logo. Gehen wir einmal weiter runter. Wenn wir einmal eine Freundschaftsanfrage angenommen haben, das ist nicht ganz so interessant. Der Voice-Chat, das ist ganz, ganz interessant. Ihr solltet, egal auf welcher Plattform ihr spielt, wenn ihr Bock auf Crossplay habt, ihr solltet keine private Party, wie zum Beispiel auf der Playstation, aufmachen. Weil dann hört ihr eure Mails auf der anderen Plattform nicht. Ihr müsst einfach die Lobby voll machen mit euren Leuten. Dann hört ihr die automatisch. Kennt ihr ja auch von der Playstation zum Beispiel. Solange ihr keine Party aufhabt, hört ihr die Randoms zum Beispiel ja auch. Und genauso wird das auch dort funktionieren. So, jetzt kommen wir zum Crossplay Matchmaking. Sehr, sehr interessant. Also nochmal von vorn so ein Stück weit. Crossplay ist standardmäßig aktiv. Ihr spielt nur gegen Konsoleros, wenn ihr auf einer Konsole startet. Erst wenn ihr in eurer Freundesliste zum Beispiel einen PC-Spieler in der Liste habt, den ihr dann auch in die Lobby einladet, dann connectet ihr automatisch in einer PC-Lobby. Und solange ihr keinen PC-Spieler in eurer Lobby habt, spielt ihr nur unter den Konsolen. Ob das jetzt Xbox oder Playstation, das wird dann gemischt. Wenn du natürlich nur auf deiner Xbox gegen Xbox-Spieler spielen willst oder Playstation, dann musst du es deaktivieren. Es wird empfohlen, es nicht zu deaktivieren. Weil Respawn davon ausgeht, dass die meisten diese Crossplay-Funktion nicht deaktivieren. Und das hat zur Folge, dass wenn du es deaktivierst, dass du länger in einer Lobby-Warteschlange stehst und kein Matchmaking passiert, weil du quasi nicht mit Leuten connectest, die das Crossplay-Feature aktiv haben. Es kann eine Crossplay-Lobby sein und trotzdem spielen sie alle auf der Playstation. Du findest trotzdem kaum Mails. Deswegen lass es an, wenn du nur auf Konsole zocken willst, dann ist es ja egal, ob du gegen Playstation oder Xbox-Spieler spielst. Als Beispiel sollte, denke ich, relativ verständlich sein. Auch wenn ihr gegen keine PC-Spieler spielen wollt. Achso, es wird auch geschrieben, warum PC-Spieler nicht bewusst mit zufällig in eine Crossplay-Lobby starten. Es wird geschrieben, aus offensichtlichen Gründen. Aus offensichtlichen Gründen. Meine Interpretation heißt, sie sind mit Maus und Tastatur einfach schneller. Jetzt kommt aber noch so ein Gegending von mir. In den letzten vielen Wochen und Monaten, als das Thema Crossplay hochkam, hieß es auf einmal, dass sich ganz viele beschweren und Respawn auch so ein bisschen in die Richtung gelenkt hat, dass der Konsolen-Aim-Assist genirft werden soll. Macht das Sinn? Sie schreiben jetzt quasi hier in diesem Artikel, dass aus offensichtlichen Gründen PC-Spieler nicht mit den Konsolerus connecten, offensichtliche Gründe, wollen aber zeitgleich angeblich den Aim-Assist auf den Konsolen abschwächen. Das macht für mich null Sinn. So viel dazu. Ich denke, über Crossplay habe ich eigentlich alles erzählt. Sollten noch Fragen sein und ich vielleicht irgendwas nicht ganz so klar erklärt habe, stellt mir ein paar Fragen. Ich hoffe, dass ich sie beantworten kann. So, jetzt kommen wir zum Limited-Time-Modus. So sieht ein Flashpoint aus. Dieser Limited-Time-Modus ist nur auf dem King's Canyon. Es gibt verschiedene Punkte auf der Map, wo so ein Flashpoint ist. Der Flashpoint selber ist wie so eine Art Respawn-Beacon. Dieses Riesengerät, wo ihr euren Mate wieder respawnen könnt. Und um diesen Respawn-Punkt ist so eine Riesen-Bubble. Und nur in diesem Bereich könnt ihr eure Schilder und eure Lebenspunkte wieder heilen. Aber nicht mit Heil-Items, sondern das passiert automatisch. Und hier schreibt Respawn selber, das ist so eine Art Team-Deathmatch-Feeling aus den alten, bekannten Ego-Shootern. Also gehe ich davon aus, dass dieses Heilen relativ schnell geht. Ein paar COD-Spieler von euch werden bestimmt dabei sein. Ihr wisst das, wenn ihr angehittet werdet, dann geht ihr einfach ein paar Sekunden in Deckung und dann seid ihr wieder voll geheilt. Und genauso soll das hier auch sein. Das einzige Heil-Item, was ihr finden könnt, könnt ihr nur craften. Das ist ein Phoenix-Kit, immer zum selben Preis. Ansonsten gibt es keine Schildzellen, es gibt keine Spritzen-Medikits und so weiter. Es wird auch nicht geschrieben, was mit Octane, Watson und Lifeline ist, weil die haben ja regenerierende Fähigkeiten auf Schild oder Leben. Und da da nichts geschrieben wird, heißt das, die kann man gut nutzen. Und ich gehe deswegen davon aus, dass diese drei Legenden diesen Modus regieren werden. Was auch sehr interessant ist, eine Zone oder der Endfight einer Runde endet immer in einem Flashpoint. Das heißt, der Endfight könnte echt mega, mega geil werden. Habe ich noch irgendwas vergessen an den Regeln? Ach so, der Flashpoint-Modus wird unter den Always-Be-Closing-Regeln fortgeführt. Das heißt, die Zone schließt sich dauerhaft. Es gibt keinen rundenbasierenden Stopp. Irgendwann ist dann eben Schluss und wir haben die kleinste Zone in einem Flashpoint erreicht. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, das war es. Ich denke, ich habe über alles gesprochen. Ich kann hier auch noch mal kurz durchgehen. Hier werden noch mal die Skins und hier auch noch mal das Erbstück für Korsdick gezeigt. Ich finde das Korsdick-Erbstück wirklich ultra, ultra Sahne. Dann gibt es hier noch spezielle Bündel. Hier ist halt jetzt die Frage. 5.000 Coins, das sind einfach mal 50 Euro. Da bekommst du quasi diesen Revenant Skin. Und jetzt ist halt die Frage, ob die sieben Apex Packs, die sich da drin befinden, ob das speziell für dieses Event diese Event Packs sind. Weil dann hast du hier schon 10. Bist du bei... Ach, ich will mich am Arsch. Ich will es gar nicht zusammenrechnen. Auf jeden Fall sehen wir hier noch ein Alternator Skin. Das ist übrigens der RF-45 Skin von vorhin. Ein Flatline Skin. Und ach, jetzt habe ich wieder so ein bisschen Erkennungsprobleme. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich finde. Ach, es ist die Longbow. Da steht sogar drunter. Hallo, mach mal die Augen auf. Okay, haben wir noch was. Hier gibt es dann noch spezielle Bündel, die datumspezifisch sind. Dann, ob das jetzt auch alles... Ja, das scheinen auch Event Skins zu sein. Man sieht es hier. Hier sind zwei Charms. Einmal von dem Lifeline Skin. Einmal von dem Wraith Skin. Die Katze. Dann haben wir hier die P2020. Sieht jetzt nicht ganz so geil aus. Naja, ihr seht, denke ich, so ein Stück weit selber. Diese Skins, die sind dann auch im Shop erhältlich. Die sind jetzt nicht ganz so spannend. So, und dann haben wir noch ein klitzekleines Manko. Naja, Manko ist ja Käse. Das kennen wir schon aus anderen Events. Wir können ein bisschen was selber freischalten. Ist natürlich nicht die Welt. Wenn wir jetzt regelmäßig zocken, schalten wir das meiste sowieso automatisch frei, wenn wir innerhalb des Events zocken. Bei 500 Punkten kriegen wir einen Waffenscharme. Das sind zwei Schuhe. Bei 1000 ein Bangalore Skin. Dann haben wir bei 2000 Punkten ein Elster und ein Wollskin. Das ist der Wollskin, den Lifeline in dem Trailer in der Hand hat. Mit diesem Ninja Kostüm. Oder Skin. Und als letztes. Oh Gott, ich habe es mal wieder mit meiner Waffenerkennung. Leck mich am Arsch. Ich erkenne es nicht. Es könnte die Hemlock sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Vorteilt mich bitte nicht dafür. Ich habe so ein Talent. Bestimmte Waffen. Einfach überhaupt nicht. zu erkennen. Ladies and Gentlemen. Das war alles, was ich über Crossplay. Über dieses ganze Event usw. zu erzählen habe. Ich hoffe, ich habe es nicht unnötig in die Länge gezogen. Aber es sind doch eine Menge Details, über die man reden konnte. Hat euch das Video gefallen. Ich würde mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. An dem Video und Daumen nach oben da lassen. Aber wenn ihr neue Seiten rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und nochmal den Shoutout für meinen Twitch-Kanal. Für alle, die vielleicht so ein bisschen meine Livestreams vermissen und es noch nicht mitbekommen haben. Ich streame in Zukunft nur noch auf Twitch. Bin jetzt auch Affiliate. Das heißt, ich darf vertraglich, sage ich mal, auch nur noch auf Twitch streamen. Und ich würde mich freuen, dass die Zuschauer, die sich bis jetzt noch nicht dazu überredet gefühlt haben, war das jetzt der richtige Satzbau, dass ihr vielleicht doch noch euch einen Ruck gebt und auf Twitch mit wechselt. Link gibt es in der Videobeschreibung. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch ein mega geiles Wochenende. Und natürlich streame ich am Dienstag wieder in dieses Event auf Twitch hinein. Kann aber leider nicht so lange, weil ich da noch auf Nacht schichten muss. Das war es jetzt von mir. Haut rein. Ein schönes Wochenende. Adieu.